Get the CC Spotted Computing Ape from your favorite software house now! Können Sie nicht einmal noch ein Auge zudrücken? Ich verspreche Ihnen, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es ist das letzte Mal gewesen. Hören Sie, wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann... Wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann muss ich Sie leise verzeigen. Vreni, kannst du das in Markus' Fächli liegen, bitte. Die Dame geht hin. Hoi. Grüezi, Dr. Burka. Könntest du nicht bitte Herrn Meier zuerst rannehmen? Das ist gerade reinkommen und sieht ganz unterzuckert aus. Und dann, wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann kann ich nicht aussehen. Ich habe es noch nicht aussehen.